Brach! Ups, wie ging das hier nochmal? Wie haben das die anderen denn nochmal gemacht? Ach, ich war ja so lange nicht mal auf diesem Kanal zu sehen, ich weiß nicht wie... Wie ging das? Ach, wie haben das die anderen gemacht? Hey, was soll das? Bist du nicht der echte Ben? Nee, der unechte, aber ich wollte gerade mal einen neuen iPhone 8 Plus chillen. Dann lass mal ein Boxing dazu sehen. Ja, wahrscheinlich. Let's go. Ah, hm. Bist du nicht der echte Ben? Nee, der unechte. Ach fuck, das klingt scheiße. Ja, das klingt scheiße. Wie habe ich das denn damals gemacht? Nee, nee, wei, wei, wei ist aus. Das ist es. Ich war in der Dusche, einfach so. Ja, ich war jetzt 8 Tage auf Mallorca. Es war mega geil, Leute. Ihr werdet jetzt in folgendem Video ein Best of Sehen von Mallorca. Und was so passiert ist, ihr könnt mal da oder da... Warte mal. Da irgendwie hier kommt ihr zu meinem Kanal oder in der Infobeschreibung. Und da könnt ihr die einzelnen Vlogs nochmal sehen. Hier seht ihr ein Best of. Deswegen wollte ich sagen, viel Spaß erstmal mit diesem Best of. Bis gleich. Bis gleichTale. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, black and white Oh, oh Oh, oh It's black and white Love, no more, baby Love, no more, baby Black and white, no more, baby Love, no more, baby It's black and white Just let me go It's only right for all I know It's only matter It's calico It's black and white White, white, white Just let me go It's only right for all I know It's only matter It's calico It's black and white White, white, white Make me feel well Oh, I can't break the spell I just have to be true Make me feel well Oh, I can't break the spell Braaah Das war's auch schon mit diesem Best of Leute Und wenn ihr noch ein paar einzelne Vlogs sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei meinem Hauptkanal vorbei Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns auf meinem Hauptkanal wieder oder im nächsten Video, wenn ich dabei bin Bis zum nächsten Mal, ciao Denkt immer an das Motto Klick, klick, glück